Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, warte mal. Machen wir hier den Außenposten. So, geht nicht in der Nähe von der Mine. Hier geht's nicht, weil das Gebäude in der Nähe... Ah doch, hier geht's. Dich weg. Dich weg. So, ihr bekommt die Munition. Das war's jetzt. Okay. Ich lass uns noch einen höher. So. Da seid ihr ja schon. Hallo. Können die genau. Okay. Oh Gott. Ähm. Ja. Gut. Ähm. Was zahle war das? Die Basis ist ein wenig größer geworden. Das war's einfach nur irre, irre viele Spawner. Ich werde jetzt keine Munition hier reinlegen. Ähm. Ich probier's noch einmal. Und wenn das dann nicht klappt, dann... lasse ich das mit der Basis da oben auch. Und ich glaube, ich komme mal von der anderen Seite. Und da ist übrigens auch noch ein Illyrium-Ding, das wir leer machen könnten. Ich hab ja doch ein paar mehr davon, als ich dachte. Weil ich hab halt diese Gebäude immer oben drauf stehen lassen. Deswegen sehe ich auf der Minimap nur einen roten Punkt und keinen grünen. Aber es sind 64 Illyrium da drunter. Wo ist die Basis? Oder weil sehe ich nichts da. Da ist ein Hüterlisken. Wenn ich die Zappel kaputt kriegen könnte, wäre das schon mal super. Also ich baue mal hier meine Basis auf. Den Rest nehme ich mit. Einem Magazin ist jetzt nicht viel, aber es reicht hoffentlich, die Königin zu knacken. Okay, hier ist jetzt sinnlos. So. Drück die Daumen. Ich geh mal rein. Irgendwie kommt da gar nicht. Oh, da war ich. Und da ist die Königin. Okay, go, 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 go. Go, Hüterlisken, dann töten. Zerstören, wie auch immer. So oft zwischen den Waffen atmen und her schalten, das ist... Gah. Go, 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 go. Hüterlisken, dann. Da. Nö. Nö. Nö, ne, 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 ne. Weg. Ja, mach das kaputt, ist egal. Boom. Ich laufe nur noch schreiend weg. Das ist okay. Ja, das müssen wir den Waffen hin und her schalten. Also manche Gegner klappt Flammenwerfer super. Neutralisken, diese komischen kleinen Zirklings, da halte ich einmal drüber, die sind kaputt. Diese anderen, die durch alle Wände durchlaufen können und so weiter, da klappt das gar nicht mit dem Flammenwerfer. Weiß nicht warum, das wird eine Kollisionsabfrage wahrscheinlich sein. Da klappt es einigermaßen mit der Gatling Gun. Allerdings trifft die Gatling Gun nicht da, wo ich hinziele, sondern ist ein bisschen versetzt. Selbst dann ist das nicht so wirklich toll. Das heißt, das ist auch kein Supermittel gegen die Viecher. Also ich muss da hin und her schalten und dann, wenn zu viele von diesen Selbstmordviechern kommen, dann muss ich halt auch noch auf das Ding hier ritzeln, um zu überleben. Ja. Was ist das Rätsel des Lösungs? Brauche ich da wahrscheinlich ein MK2-Ding. Und das kann ich einfach vergessen. Ja, das kann ich ganz einfach vergessen. Das sind 450 hierfür und jeweils 300 für die Speedmodule. Das werde ich in diesem Let's Play einfach nicht schaffen. Weil ihr seht ja, wie es mit den Basen da aussieht. Was ist mit dem Raketenwerfer? Raketenwerfer hat eine größere Reichweite gehabt. Oder das Snipergewehr? Ich könnte beim Snipergewehr das erforschen. Das warst du. High Explosive. High Explosive. Und die da. Du machst 160 plus nochmal. 160 Damage mit einem Schuss. Also es ist ein ordentliches Upgrade zu dem hier. Allerdings haben die Gebäude ja 65.000 plus Hitpoints. Da ist jetzt 260 nicht so great. Panzer war schweineteuer. Kann das sein, dass ich mir jetzt schon verbaut habe? Also dass ich die Basen zu lange habe wachsen lassen und dass ich deswegen jetzt gar nicht mehr rankomme? Nee, kann nicht sein. Ich kann ja... Genau, das kann ich jetzt machen. Ich kann ja das Illyrium abbauen. Das, wo verstreut ist. Und es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Basen. Nämlich die 15 Stück, die um mich herum gebaut sind. Und das hier kann man alles weg. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt einfach die Sachen hier abbauen, wo ich rankomme. Und danach gehe ich irgendwo ganz hier hinten hin und suche hier nach Illyrium. Basen sollten hier ja keine sein, richtig? Richtig? Bitte, bitte? Das wäre zumindest die Idee. Ja, mal gucken. Gut. Also, nachts losziehen und eine Illyrium-Basis aufbauen. In Hoffnung, dass morgens dann genug Sonne reinkommt, um alles zu betreiben. Und hier waren Eno 33 oder so drin. Das ist ja nicht die Welt, aber diesen Anfang. Und so muss ich mich dann wohl jetzt nach und nach durchbeißen. Bis ich genug Zeug bekomme. Ich brauche übrigens auch eine neue Power-Rüstung MK1 bald. Weil meine schon ziemlich schade genommen hat. Und ich glaube nicht, dass ich die reparieren kann. So, baue ich hier. Düm, düm. Pole, pole. Mal jetzt mal so. Das wird wahrscheinlich alles viel zu eng sein, aber... Hauptsache, sie können nicht sofort durchlaufen. Dann hier. Blub, 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 blub. So. Läuft ja nicht mit 100% Auslastung, aber ist okay. Leg das bitte da in Kisten. Das hole ich mir dann gleich raus. Jetzt kriegst du dir ein paar tolle Rohre für eine Rohrmauer. Zack. So, wie viel hattest du jetzt drin? Vier und... Oh. Oh, das ist die größere Anlage. Ja, das... Das könnte jetzt sogar ein bisschen dauern. Mach das mal weg. Das heißt, ich hoffe jetzt... Dass das Tinian gegriffen wird. Ach. Das kann ich nicht bringen. Ich kann das nicht alleine lassen. Die Dinger kosten jeweils einen Alien-Atefakt. Und es ist schweineschwer gerade, Alien-Atefakte zu bekommen. Und Türme kann ich... Also erstmal habe ich keine Türme. Und selbst wenn, könnte ich auch keine Türme setzen. Weil hier in das Gebäude der Nähe ist. Kann ich dich flampieren ohne meinen Kollegen? Ja, nicht wirklich. Das Prinzip Hoffnung ist nicht gut. Kann ich irgendwas Produktives machen, während ich hier rumlungere? Weißt du, wann kann ich das wieder da reintun? So. Produktives machen, während ich rumlungere. Ich könnte den Zug vorbereiten für den Bahnhof. Das Ding kann ich jetzt machen, wenn ich noch Alien-Atefakte habe. Grinder bräuchte noch viel, viel mehr. Personal-Obo-Port. Hatte ich mir überlegt, dass ich den nehme, wenn ich nicht am Angreifen bin? Das wird zu verwirrend sein. Dann werde ich auch für sie damit loslaufen und missbauen. Nee. Wie viel hast du noch von 64? 54. Okay, ich will mich nicht zu sehr davon einschränken lassen, wenn das jetzt wirklich angegriffen werden sollte. Hoffe ich mal, dass nicht zuerst die Extractor oder die Kisten zerstört werden. Derweil gehe ich jetzt nach unten. Lass mir das Zeug der Abnehmen. Zusammen mit der gesamten Munition. Weil ich anscheinend keine Basen töten kann in absehbarer Zukunft. Dann muss ich auch nicht mit der ganzen Munition rumlaufen. So, Construction-Bots sind immer noch am Umsetzen hier. Dann nehmen wir das Zeug ab. Alles weg. Ist jetzt Strom okay? Nee. Mist. Okay, irgendwas ist bei der Stromversorgung wieder nichts ganz im Klaren. Das heißt, das sollte ich mir als erstes angucken. Bevor ich irgendwas anderes mache. Also hier funktioniert. Das ist okay. Hier kommt allerdings nicht genug hinten an. Bei, wow. Weil hier langsam keine Kohle mehr ist. Krass. Okay. Das heißt, ich müsste die Felder da oben erweitern. Oder irgendwann auf Hübelhaus umsteigen. Aber ich denke nicht, dass das dazwischen reicht. So was wollt ihr alle von mir? Zeug abholen. Okay. Da darf ich mal ganz gut stehen. Danke, 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 danke. So. Ja, hier kann ich auch nicht wirklich mehr Minen hinbauen. Die sind nämlich auch schon. Oh, der war noch da. Du darfst ruhig weiterarbeiten. Aber du bist leer. Ich könnte jetzt alle doppelt belegen. Das ist aber auch doppelt so schnell leer. Drittes Kohlefeld. Und da oben. Mist, das ist direkt in den Fabriken drin, oder? Glaube schon. Yep. Und das ist auch nicht viel. Nee. Gut. Das heißt, ich schaue mir die Fübelhaus jetzt nochmal an. Und hoffe, dass... Leichtöl sind 800 hier. Die sind inzwischen alle voll. Okay. Das heißt, ich schließe jetzt die Fübelhaus an. Und kommen die denn überhaupt dahin, wo sie hin sollen? Momentan versorgen sie, glaube ich, nur den einen Komplex. Und zwar... Den hier. Das heißt, ich müsste das... Oh, nee, warte. Sie versorgen einmal die ganze Seite. Dann hier unterirdisch da lang. Auch die untere Seite. Das heißt, nur der da wird nicht mehr versorgt. Das heißt, ich mache jetzt folgendes. Ich kappe jetzt die Verbindung... ...von hier... ...rüber nach da. Das kommt jetzt keine Kohle mehr hier links an. Das wird alles dann von den Fübelhaus übernommen. Und ich werde das später... Okay. Die Fübelhaus und diesem kleinen Ding, ne? Und ich werde das später dann umdrehen. Dass denn nicht mehr Kohle von hier nach da kommt, sondern Fübelhaus von da hier rüber nach da. So, an... Oh, 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 oh. Ja. Lauf, 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 lauf. Schlimmste Fall ist eingetreten und so. Ich dachte, das wäre irgendwie eine reguläre Angriff, das... Wee, wee. Ach, ich werde Durst. Prioritäten. Lyrium ist wichtiger. Was wird zerstört? Mauern. Okay, lauf, lauf, lauf. Ach, das ist gar nicht meine Lyrium-Mine. Ist die Stein... Boah. Die könnte ruhig kaputt gehen. Das ist mir egal. kommst du dahin so ist mir so schnell reingelaufen ist okay das kann so bleiben jetzt schnell und ein bisschen sauerstoff tanken kein strom ist nicht gut aber sobald die flug ankommen klappt das hoffentlich muss ich auch gleich überprüfen ob das alles so funktioniert wie es funktionieren sollte aber das sieht hier schon mal gut aus so jetzt zeigt mir bitte dass die flug blocs hier einigermaßen verteilt werden ja werden sie und die laufen auch alle mit einigermaßen temperatur nicht voll mit 100 aber schon anfang die hier auch da müsste ich jetzt noch weiterbauen da könnte glaube ich auch eine reihe hin später die sind jetzt voll warum genau haben wir schon probleme weil es nacht ist das das stimmt wohl und weil die radschüssel nicht schweine wie wir brauchen ja gut also nächsten folgen was wollte ich noch alles machen wo auch das kupfer von da oben irgendwann nach hier unten bringen und die lirium mine also nächsten folgen die lirium mine regelmäßig abklappern um der lirium rauszuholen wobei es jetzt schon fast leer sein könnte was gut wäre und das ist übrigens da oben irgendwo und denn hier noch 1 2 3 4 rein mit steam engines voll klatschen wobei das nach da oben gelegt werden muss dann bin ich mir nicht ganz sicher was also entweder noch größeren solar park anlegen wobei solar energie fast echt gar nichts bringt aber ich habe halt nicht genug few blöcke um noch mehr steam engines zu befeuern die paar die wir hier herstellen die werden vielleicht gerade mal reichen das muss ich schauen also solar energie doch eine alternative weil es ja kein öl verbraucht hätten wir sonst größere öl vorkommen ja da hätte größere öl vorkommen da ich könnte da ein öl aus dem posten machen wobei es sind nur fünf stück ich glaube größere cluster gibt es auch gar nicht auf dem haufen boah ja also solar das heißt alles hier voll machen mit solar panels was ewig dauern wird und tierisch viele ressourcen braucht das heißt so mit größeren expansionssachen und überall module reinklatschen das wird nicht wirklich gut klappen aber sei es drum ich baller die hier schon mal hin damit die roboter währenddessen fliehen können und in der nächsten folge dann halt steam engines und was war das andere genau steam engines und delirium also bis gleich jetzt das das die das das Untertitelung des ZDF, 2020